Hallo ihr Lieben! Heute gibt es bei mir super leckere, fluffige Burger Buns. Die machen wir heute in veganer Version und die sind super einfach gemacht. Wie genau zeige ich euch jetzt in meinem Video. Viel Spaß beim Zuschauen und Nachbacken! In eine Rührschüssel gebe ich als erstes das Mehl hinein. Dazu kommt jetzt noch ein Päckchen Trockenhefe oder ihr könnt auch eine frische Hefe nehmen. Dann nehmt ihr einen halben Würfel am besten. Hinzu kommt jetzt noch Zucker und zwar zwei Teelöffel sowie ein gehäufter Teelöffel Salz. Das muss jetzt einmal alles verrührt werden. Sind jetzt also in der Schüssel alles die trockenen Zutaten und gleich kommen wir zu den nassen Zutaten, die da wären. Zum einen die Pflanzenmargarine. Ich habe hier 40 Gramm in diesem Topf, denn ich werde sie gleich etwas erwärmen. Hinzu gebe ich jetzt aber noch 150 Milliliter Haferdrink. Ihr könnt auch Milch verwenden, aber ich möchte heute vegane Burger Buns machen. Deswegen ein Haferdrink. Und das Ganze muss wie gesagt jetzt im Topf erwärmt werden, sodass die Pflanzenmargarine sich hier verflüssigt. Aber bitte nicht kochen lassen. Und anschließend kommt der Topf wieder runter vom Herd und wird zu den anderen Zutaten zugegeben. Schaut mal, so sieht es dann aus. Die Pflanzenmargarine ist jetzt also flüssig und kann einfach hiermit dazugegeben werden. Der Teig, der sollte jetzt so etwa 4 bis 5 Minuten ordentlich durchgeknetet werden. Ich werde mir das natürlich ein bisschen vereinfachen mit der Rührmaschine. Ja, aber wer so ein bisschen seinen Frust jetzt auslassen möchte, nimmt einfach die Hände dazu. Der Teig ist nun genau richtig. Er hat sich wunderbar vom Schüsselrand gelöst und ist richtig schön geschmeidig geworden. So, diese Teigkugel werde ich jetzt noch mit etwas Wasser bepinseln. Nur so ein kleines bisschen auf die Oberfläche geben. Jetzt kommt einfach nur ein sauberes Küchentuch hier über die Schüssel und dann muss der Teig an einem warmen Ort für etwa eine Stunde gehen. Nach einer Stunde warten kann ich nun mein Tuch hier lüften und schaut mal, der Teig ist richtig schön aufgegangen. Das sieht doch super aus. Ja, dann geht es damit gleich weiter. Ich muss diese Kugel jetzt in vier gleich große Kugeln teilen. Den Teig dann also zu Kugeln formen. Das geht hier ganz einfach. Immer von oben nach unten schlagen und dann einfach hier mit beiden Händen kreisen lassen. Jetzt benötigen wir ein Backblech, das wir mit Backpapier belegen und anschließend werden darauf diese Teigkugeln mit etwas Abstand zueinander drauf gesetzt. Nun brauche ich noch mal das saubere Küchentuch und lege das hier einfach über die Kugeln drüber, denn die müssen jetzt nochmals für 30 Minuten gehen. In dieser Zeit, da kann ich ja schon mal meine Auflaufform hier fertig machen. Ich habe so eine kleine Auflaufform, die ich jetzt mit Wasser fülle. Die Schale, die können wir jetzt schon mal in den Backofen stellen und zwar auf dem Boden des Backofens. Die bleibt nämlich beim Backen dann auch drin. Das Wasser in dieser Schale, das sorgt nämlich später dafür, dass die Brötchen richtig schön knusprig außen werden und innen fluffig bleiben. Jetzt kann ich das Tuch auch wieder hier lüften. Schaut mal, wie toll die aussehen. Die werden jetzt noch bestrichen, damit die obendrauf so eine richtig schöne Farbe bekommt. Dafür habe ich hier circa zwei Esslöffel Haferdrink. Hinzu kommt ein bisschen zur Unterstützung für die Farbe Kurkuma. Habe ich hier so ein Backpinsel. Einfach kurz verrühren und damit die Brötchen bestreichen. Anschließend streue ich einfach nur noch den Sesam hier drüber. Jetzt kommt das Backblech bei 220 Grad. Ober- und Unterhitze für circa 15 Minuten in den bereits vorgeheizten Backofen. Nach dem Backen, da gibt es hier noch einen kleinen Geheimtipp von mir. Und zwar damit die Burger Buns richtig schön fluffig innen drin sind, gebe ich immer gern ein sauberes Küchentuch erneut über die noch richtig schön warmen Brötchen und lasse das Ganze so auskühlen. So ihr Lieben, jetzt habt ihr das Rezept hier von mir und könnt sie direkt mal nachbacken. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß dabei. Lasst es euch schmecken. Bleibt gesund. Dann bis zum nächsten Mal bei Jackys Rezepte Welt. Tschüss! So. So. So.